Was ist hier los? Hast du gerade mit der Milch gesprochen? Was ist hier los? Soll ich die mal trinken? Na komm, ich trinke mal was von dir. Was ist zu Hause morgens auch immer? Gehst du dann in den Kühlschrank und sagst, was ist hier los? Wer von euch will in meinen Mund heute? Klar, mach die Tür auf, Licht an, Leute. Hallo, aufwachen. Guten Morgen.